Hi, ich habe mir ein neues Liederbuch gekauft. Und dieses Buch heißt Der Ohrwurm. Alle Lieder in diesem Buch wurden geschrieben von Wolfgang Spode. Und in einem Lied beschäftigt sich der Herr Spode mit der Frage, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Tja, das Lied heißt Am Anfang war das Ei. Und ob das stimmt, das wollen wir doch mal sehen. Am Anfang war ein rundes Ei, ganz dick und wunderschön. Es lag im Gras beim Hühnerstall und niemand hat's gesehen. Ei, 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 am Anfang war das Ei. 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 Und eine schöne Tagestand, da brach das Ei in zwei. Es schlumpft im Blink, ein Gras, ganz nass und klein und scheu. Ei, 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 am Anfang war das Ei. 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 Ei, 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 am Anfang war das Ei. Ei, 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 am Anfang war das Ei. Ei, 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 am Anfang war das Ei. Und eines Tags im Monat Mai, da legt das Sohn ein Ei. Es schlumpfte bald ein Küken auf der Straße, jetzt sind wir zwei. Ei, ei, was nun, am Anfang war das Sohn. Ei, ei, was nun, am Anfang war das Sohn. Ei, was nun, am Anfang war das Sohn. Ei, was nun, am Anfang war das Sohn. Tja, und mit dieser Frage beschäftigen sich immer noch ganz viele Menschen.